Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenobl Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, hier und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenobl Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir Colossi Nimei befreit. Mit Irima, das war ein bisschen traurig. Also, der erste Konsul, um den man tatsächlich mal weint. Weil, ist es schon irgendwo eine traurige Hintergrundgeschichte. Und, ja, wir wollen heute mit der Hauptstory mal nach langem endlich weitermachen. Äh, vorher will ich noch die Informationen verarbeiten, die wir hier gesammelt haben in Colony May. Wir packen hier auch nochmal kurz aus dem Bild. Eins davon ist 100 Pohnen in jedem Quest. Ja, das mit Talos Ruf. Können Sie alle rauf? Ist doch ganz nett und schön. Ist doch ganz nett und schön. Kann man sich auch ganz nett und schön. Genau. Ja, du getanzt. Oh nein Spaßverderber Could you all come around for a second? Der feinen Schmecker kommt wieder raus. Er kann also nicht kochen. Okay, er kann absolut nicht kochen. Er kann auch nicht kochen. Ah, okay, ich muss dort quatschen. Die Fiona hat irgendwie was von dem Schulmädchen. Ja, okay, ich muss dort quatschen. 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 Okay. 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 Okay, ich muss dort quatschen. Okay. Okay, ich muss dort quatschen. Okay. 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 Ich muss den jetzt nur wieder finden. Ich hatte den einfach nur beim letzten Mal nicht bekämpft. Ja, da, da ist der ja. Da, da ist der ja. Der will, der in Basur. Wenn wir den fertig machen, dann haben wir ja auch einen Reisepunkt mehr. Ja, der Fisch haut rein. Ja. Dann auch die Old Reign-Säbeln. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was Triton in der Angriffskette kann. ön. W-Fick. Ich kann dir helfen. Ich fühle das! Oooh yeah! derecho zu sein! Tschau do it! G хлp! tumor this! Angriffskette. Wir wollen nu was Triton und komm. Wir haben eine Aktion zumindest nicht sofort. aber was kann er denn an sich okay wenn der reaktiviert wird entweder das ist offenbar gambling entweder kriegt er 50 punkte drauf oder er kriegt 50 abgezogen also ihn auf jeden Fall als erstes nutzen und hoffen dass der reaktivierung dann gut ist jetzt interessiert mich noch welche aktionen der in der angriffskette hat also jetzt seine fähigkeit den abschlussbonus etc aktiviert wurde er jedenfalls nicht da unbestimmtes wüten tp aller mitstreiter steigen zufällig um 5 bis 16 er ist ein kompletter gamble charakter zumindest in der angriffskette auch interessant mal gambling zu haben ich bin mit dir 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 wie das ist jetzt ist es Zeit für ein weiteres Man kriegt nicht mal angezeigt, wie viel man jetzt Bonus bekommen hat. Guck mal, ich bin jetzt hier bei dem Letzten. Ich habe irgendwie noch ein Ouroboros-Kommando zusammenbekommen. Und ja, der hatte gerade kurz 38 und jetzt hat der 0. Ja gut, ist irgendwo praktisch, wenn ich jetzt nicht unbedingt weit hochgeben will, aber dass er ein komplettes Gambling ist. Das ist irgendwie so merkwürdig, ein komplettes Gambling hier zu betreiben. Ja gut, ich bezweifle mal, dass er die Angus-Kette überlebt, ne? Ich bezweifle es mal stark. Haben wir gesehen, was Triton kann, ne? Das war ja der Hauptansatz hier für diesen Boss-Kampf. Bei der Angus-Kette kann man sagen, wir haben ihn reingehauen. Vier Kettenkommandos und ein Ouroboros. Der hat aufs Maul gekommen. Wer will frischen Fisch? Ja gut, jetzt wissen wir ja, wo wir jetzt als nächstes hinwollen, ne? Ich kann ja den nächsten Reisepunkt nach oben nehmen und dann können wir jetzt direkt ab dort hinreißen. Topographical info updated. Just as we'd heard, it's unlikely we'll be discovered here. Let's take the opportunity to rest, then proceed with the infiltration. Let's take the opportunity to rest. ben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, sieht richtig aus Jetzt habe ich ein ganzes Stück klettern Ich komme mal den Weg über ins Bild zurück Ich glaube wirklich nicht, dass die Ich muss versuchen, daran zu denken, dass wir Mona dann irgendwann dann, also Monika, danach noch irgendwann ausprobieren, was die so in der Angriffskette bringt Und wir fläßig Material sammeln Okay, wir sind angekommen Das ist hier, dass wir wieder über den Lüftungszugang reingehen, genau wie beim anderen Schloss Ich habe mal ganz kurz hier abgespeichert, das klang so als gäbe es hier kein Zurück Du schnuffingst, reprobates! Beautiful morning today. If only I could appreciate it. Didn't get much sleep. Do you know why? Because the eclipse draws ever nearer. How many of you are getting made an example of and hopes rest this time? I can hardly contain myself thinking about it. Couldn't catch a wink of sleep last night. Me? Nutty schnuffer. He's really enjoying this. Yet, nonetheless, the show must go on in order to unite our hearts and minds to keep the world in balance and perfect harmony. This will be your final resting place. So why not live a little while you still have some body to enjoy it with? I'll give him something to enjoy. What term is he even? It's not like he'll have that much longer than them to live. Ah, bollocks. It's okay. I'm not bothered. I hate people like that. Is this about the right place? I can't tell from the data we've pulled. We'll have to check each route systematically. I can't tell you. I can't tell you. I can tell you. so richtig schön eine runterhauen noch es würde mich sehr glücklich machen weil ich die tatsache wieder geredet hat das wäre doch ein guter ort es hat was intelligent ist von sich gegeben das ist unsere erste Mal hier, nicht wahr? wir haben es in der Mitte jetzt müssen wir den Gondor finden wir haben es nicht mehr wir haben wir die Waffe wir haben es nicht mehr gehen wir gehen wir gehen wir gehen wir Was hast du denn hier gekommen? Gondor. Ist das... Gondor? Ich habe dir eine Frage gestellt. Gib mir eine Antwort, frische Fische. Huh? Huh? Cut the crap! Ja! Any lights on in there, you dead brain? Hold on. Ist Gondor a... Ist Gondor a what? Finish your damn sentence. What? My name? You got a problem with it? So she's Gondor. Bitch, queen. She must have thought she was being funny. Oh! Oh! So you agree, do you? No! I... I... It wasn't... I didn't mean... Ah! Don't die in a ditch, you turd. Yikes. Never thought I'd hear someone tap Yuni's sweary mouth. Don't you go copying her, Sanna. Nah. Not my style. Oh, wow. Waste talk trash about one of your friends. So, where was I? Think it was about... While they're here. Oh, right. Oh, right. That. So, what's the idea, sweetheart? Now she's playing nice? You're Gondor. What's it to you? Monica from the city. She told us about you. She said you'd know where the queens are. Tch. So you are the bitch queen's lap dogs. Please tell us what you know. We have good reason to meet with them. To bring peace. And to set the world to rights. This shit again? What? I'm fed up with hearing that sanctimonious odd and crap. So you aren't gonna help us out then? If you're trying to kill them now, then you can just forget it. Um, kill them now? Did I bloody stutter? Oh, you just don't get it. Maybe this'll hammer it home. Eggie. Oggie. Mom? At your command. Give this lot a bruising and dump him in the trash. Mom. My pleasure. Also, ich glaub ja eher, dass ihr die Abreibung bekommen werdet. Ich hab jetzt aber auch vom Namen her nicht damit gerechnet, dass Gondor ne Frau ist. Das klang halt eher wie Männername. Ach, hier dringend kann ich die Synchro gar nicht nutzen. Und, äh, stimmt, ich würde hier auffallen, würde ich die nutzen, ne? Erstmal die Ads weg. Diese war mega aggro, die Frau. So, Angus geht auf die, der andere wird schon genug von den Flächenschaden abbekommen. Ich kann hier drin, äh, übrigens kein Ouroboros-Kommando nutzen, ne? Ich hab die Angus-Kette jetzt durchgezogen. Und, äh, übrigens kein Ouroboros-Kommando. Ich hab das geflogen. Ich hab das geflogen. Careful. Sie hat ein weniger Puls als du denkst. No. Ja? Keine Brüder. Natürlich ist sie. Sie ist eine Probe. Das ist Monika's daughter für dich. Huh? Daughter? Du meinst, dass sie von Monika geboren wurde, wie das Baby wir sehen? Das ist ungefähr das Größe. Plus, der Head Ouroboros-Candida. Das auch? Du sagst nicht. Es hat alles noch weitergegeben. Oi! Was bist du aufhörst? Hast du etwas zu sagen? Sag es zu meinem Gesicht! Wir machen es. Geh auf, dann! Warum sind wir uns gegen den anderen? Es ist so sinnvoll. Piss auf! Nein, es ist nicht. Warum? Weil du Dags nicht herausfühst. Soll es zu töten den Moment? Ja. Dann stopt aufhörst und einfach sag uns! Tsch! Setz die Welt zu Recht, du sagst. Ja, ich habe es gemacht. Ich bin nicht sicher, dass du einfach selbst-rechtlich bist. Aber schau mal an. Schau mal, wie viele Leben es kostet. Du gehst schon nach diesem Schein. Ich bin schon bereit. Okay, das ist genug. Auf Ihren Knie jetzt, alle von euch. Hände hinter dem Kopf. Entschuldigen Sie mich. Sie werden Zeit in der Sitzung. Okay, change of plan. Sheethe your blades now. Let's just do as he says, okay? Wie ist das denn? Ich kann es nicht machen. Warte. Äh... Ich bin mal ganz kurz. Monika hatte auch eine Tochter. Also Gondor ist Monikas Tochter? Monika sah für mich so jung aus. Okay. Die hat da ja eine brave Tochter rangezogen. Ja, du musst halt auch an die Zukunft denken, ne? Das ist damit gemeint. Es muss halt auch nachhaltig sein. Ich gehe übrigens davon aus, dass Gondor wahrscheinlich auch ein Held ist, den man freischalten kann. Mutter, Tochter, Geschwann. Haben sie die Waffe nicht gerade eben abgegeben? Kackfürstin. Das ist eine interessante Beziehung. Sie ist 33 Jahre alt. Und sie ist 18. Sie hat mit 15 ein Kind gekriegt? Ja, da wollte es einer wohl wissen. Moment mal. Hatte ich das nicht richtig im Kopf, dass Charn ja auch noch zusätzlich hier Monikas Schwester ist, oder hatte ich das komplett falsch im Kopf? Aber nochmal mit 18... Die ist 18, die, äh, 18 und die 33. Die hat ja wirklich jung ihr Kind gekriegt. Interessant. Auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ich wollte mal sagen, wir gucken uns hier beim nächsten Mal um. Und ich mach hier dann jetzt für heute Schluss. Wenn euch der heutige Part gefallen hat, dann könnt ihr ja den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Äh, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.